Auf dem Rollfeld des Flughafens Ben-Gurion in Tel Aviv kollidierten am Mittwoch früh eine Boeing 737 und eine israelische Maschine. Beim Herausschleppen aus der Parkposition verkeilten sich die beiden Jets. Es soll ein Millionenschaden entstanden sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon und wurden umgebucht. Die Boeing 737 der Germania sollte nach Berlin fliegen.